Platz Nummer 7. Karl Albrecht Junior. Eine Schlüsselfigur im Aldi Südkonglomerat und der einzige Sohn des Aldi Südgründers Karl Albrecht. Als promovierter Jurist trat Karl Albrecht Junior in die Fußstapfen seines Vaters und spielte eine bedeutende Rolle in verschiedenen Positionen innerhalb des Familienunternehmens, bevor er sich 2004 aus dem aktiven Berufsleben zurückzog.